Das Beste am Business- und Beraterforum sind die Menschen, die darin arbeiten. Wir haben eine echte Gemeinschaft entwickelt und die Unternehmen mehr passen zueinander und arbeiten miteinander und nicht gegeneinander und das ist das Schöne. Wenn ich zurückdenke, ist es ein schönes Gefühl, dass wir das erreicht haben, was wir uns vorgestellt haben. Das heißt nachhaltig arbeiten, vertrauensvoll arbeiten und unseren Kunden das bieten, was sich der Kunde eigentlich wünscht, eine Rundum-Beratung in einem Haus. Das Business- und Beraterforum Illertal gibt es jetzt seit August 2019, da sind wir eingezogen. Unheimlich interessant hier im Hause ist doch die unterschiedlichsten Persönlichkeiten zu treffen. Wir sitzen alle gemeinsam an einem Tisch, suchen nach Lösungen, der Kunde ist zufrieden, der Berater auch. Wenn die Fragezeichen alle gelöscht sind, dann hat sich ein ganz tolles Synergieeffekt geschaffen und alle sind einfach glücklich. Schön ist es, dass wir ein Ambiente schaffen konnten, an dem wir selber uns wohlfühlen können, an dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen können und alle beteiligten Unternehmen hier im Hause. Da trifft man sich ab und zu mal oben in der Lounge, tauscht sich aus und freut sich dann und kann dann wieder gestärkt weiter arbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre in diesem schönen Hause mit unseren tollen Unternehmern an der Seite und freue mich, diese Unternehmen wachsen zu sehen, beteiligen zu sehen, zusammenarbeiten und so das Konzept auch beleben. Heißt ankommen, arbeiten, sich wohlfühlen und zufrieden wieder heimgehen. Glockenburg 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 Untertitelung des ZDF, 2020